Obwohl das Wetter am Sonnabend perfekt war, brannten die meisten Osterfeuer schlecht an. Das Brennmaterial war nach den Regenfällen der vergangenen Wochen einfach zu nass. Da halfen auch die vielen Strohballen wenig, die überall zum Entzünden des Osterfeuers zum Einsatz kamen. Sie waren schnell und lodernd verbrannt, doch die Äste hatten noch nicht wirklich Feuer gefangen. Wer, wenn nicht die Feuerwehr, bringt das Osterfeuer zum Brennen, meinte ein Besucher des Osterfeuers am Wanger Meer. Tatsächlich setzten die Freiwilligen der Feuerwehr Hohenkirchen den Druckentlüfter ein, um das Feuer zum Lodern zu bringen. Traditionell hatten die Mitglieder der Jugendfeuerwehr das Feuer zuvor mit Fackeln entzündet, doch bis auf vier Gequalme war danach zunächst wenig passiert. Schon im vergangenen Jahr hatte die Feuerwehr ihren Druckentlüfter eingesetzt. Damals war der Wind steif aus östlicher Richtung gekommen und hatte den Feuerrauch direkt ins Festzelt geblasen. Per Entlüfter lenkte die Wehr den Qualm über Zelt, Bratwurststand und Bierbude hinweg. Untertitelung des ZDF für funk, 2017